Na, das war ja jetzt eine längere Pause. Ich werde es heute einfach mal versuchen. Ich hoffe, meine Stimme hält durch. Es gibt einiges zu erzählen, sowohl im Bereich Pfeife als auch im Bereich Zigarre. Honig habe ich probiert, Kaffee habe ich probiert. Hört einfach mal zu. Viel Spaß. Ja, herzlich willkommen zu Strandkorbgedöns. Das ist Folge 13 der vierten Staffel. Es hat eine längere Pause gegeben seit dem letzten Mal. Ich erkläre auch gleich, warum. Und ich bin froh, wieder hier zu sitzen und aufzunehmen. Heute ist ausnahmsweise mal Montag. Es ist der 29.04. Wir haben es 18 Uhr. Komme gerade von der Arbeit zurück. Und habe gedacht, nutze ich den Abend, um noch ein bisschen was zu erzählen. Ja, vielleicht gleich mal zu Beginn zu dem Cover, was ihr da heute seht. Ihr seht eine Cohiba Robusto. Wenn ihr das Bild, ich glaube, wenn man es im YouTube-Video anschaut, im Hintergrund wird man es nicht erkennen. Aber wenn ihr auf Spotify das Bild in irgendeiner Weise mal anklickt und vergrößert, dann werdet ihr den Zustand dieser für 60 Euro knapp verkauften Robusto Zigarre etwas genauer sehen können. Und dann sagt mir doch einfach mal, was ihr davon haltet. Das ist mir in Mallorca, da war ich ja vorletzte Woche, sehr, sehr oft begegnet. Also in Mallorca und zwar in verschiedenen Orten, in verschiedenen Städten gibt es ja immer so kleine Tabakoläden. Steht da ein Tabakko dran mit so einer schmucklosen, gelben Schrift auf rotem Untergrund. Ja, dann kommt man da rein und dann liegen da in der Auslage, in der prallen Sonne. Ja, ich meine, wo ich in Mallorca war, war es gar nicht mal so warm. Da war es mal maximal an einem Tag mal 27 Grad. Es war so die Spitze. Ansonsten hatten wir es da auch eher mit so 18, 19 Grad zu tun. Aber die meiste Zeit des Jahres würde ich sagen, es ist in Mallorca schon ordentlich warm. Und dann liegen diese Zigarren in der Auslage im Schaufenster. Überhaupt kein Humidor oder irgendwas da. Ja, und sehen dann so aus. Komplett ausgebleicht, ausgetrocknet, rissige Deckblätter. Ja, und die Preise sind einfach frech genauso hoch. Jetzt muss ich allerdings dazu sagen, ich habe nicht in einem der Läden gefragt, kann ich diese Zigarre kaufen, um zu probieren, wie die dann reagieren. Vielleicht hätten die gesagt, ja, das ist ja nur das Ausstellungsstück. Wir haben hier hinten im Hinterraum noch ein Humidor, da holen wir ihnen eine Frische. Das kann natürlich sein, ja. Aber trotzdem, selbst wenn es nur die Auslage ist, das ist doch absolut abstoßend für jeden Aficionado. Da würde man doch nicht sagen, so eine hätte ich gerne. Also war schon so eine Sache. Ich muss allerdings dazu sagen, es gab auch da Ausnahmen. Es gab zwei Händler, die auch Humidore hatten, die auch ordentlich bestückt waren. Aber, also da waren die Zigarren zumindest in einem guten Zustand. Ich habe auch eine davon, das ziehe ich gleich mal vor, weil die kenne ich schon lange. Eine Monte Cristo Open Junior geraucht. Das ist so ein Format, ja, irgendwie Half Corona oder sowas. Also ein ganz kleines Format. Oder Mille Fleur, irgendwas in die Richtung. Ja, ähm, gab es da für, ich glaube, neun oder zehn Euro das Stück. Ähm, habe ich mir mal eine gegönnt. Ja, war wie gewohnt gut, muss ich sagen. Also war eine gute kubanische Monte Cristo Zigarre. Hat geschmeckt. Ähm, würde ich eine neun geben. Aber keine zehn. Gibt sicherlich noch besseres. Aber war schon okay, muss ich sagen. Ähm, und die war aus so einem Laden, die wirklich ein Humidor hatten. Und wo man, äh, vernünftig Zigarren kaufen konnte. Allerdings die Leute, abgesehen davon, dass man es mit Englisch in Spanien auch nicht immer wirklich viel weiterkommt, ähm, haben überhaupt keine Ahnung gehabt von Zigarren. Überhaupt nicht. Ja, also da ging wie beim Bäcker nur die oder die wie viele. Ja, und wenn man dann irgendwie eine Frage gestellt hat, dann hä, was? Wollen Sie jetzt kaufen oder nicht so ungefähr, ne? Also das war wirklich eher so Lotto-Annahmestelle, das Feeling, ne? Nicht in irgendeiner Weise Tabakladen-Atmosphäre, ne? Und die Zigarren haben da immer auch nur einen ganz kleinen Teil des Angebots ausgemacht. Das meiste waren dann in den Tabakläden letztlich Getränke, ne? Jede Menge, ähm, Kühlschränke mit irgendwelchen Kaltgetränken. Ähm, dazu noch Zeitschriften und jede Menge Zigaretten natürlich. Auch so elektrische Dampfmaschinen. Zigaretten sind das ja nicht. Ähm, also ich hab nichts gegen Dampfen, ne? Davon abgesehen. Ich finde, Dampfen ist auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Alternative zum Zigarettenrauchen, wenn man das möchte. Aber meins ist es halt nicht so. Und, ähm, ja, dann halt ein, entweder tatsächlich, man hat ein Glück und es ist ein kleiner Humidor-Schrank oder so ein wenigstens so ein Tisch-Humidor, ne? Irgendwie sowas war dann vielleicht bei zwei, drei noch mal da. Aber die Großteil, der Großteil der Läden hatte nicht mal ein Humidor. Also das war schon wirklich bitter. Ähm, oder ich hab den Humidor einfach nur nicht entdeckt und nicht gesehen. Er stand irgendwo hinten. Das kann natürlich sein, ne? Kann ja nicht beurteilen. Aber ich hab dann relativ schnell gemerkt, okay, das ist hier der Urlaub. Das ist kein, ähm, kein Raucherurlaub. Also kein Urlaub, der mich als Pfeifen oder Zigarrenraucher in irgendeiner Form weiterbringt. Ähm, zum Glück hatte ich ja auch Zigarren dabei und Pfeifen auch. Aber das große Problem, und das ist auch der Grund, warum es so lange gedauert hat, bis ich heute aufnehme. Das große Problem war, dass ich schon am Tag zwei vom Urlaub krank geworden bin. Und zwar so furchtbar ätzend krank, wie schon seit Jahrzehnten nicht mehr. Ja, ich hab jetzt wirklich zwei Wochen lang flach gelegen. Davon eine in Mallorca, eine hier zu Hause. Furchtbar, ähm, mit allen Symptomen, die ihr euch vorstellen könnt, die man haben kann bei so einem Infekt. Wirklich allem, ja. Und auch mit Schüttelfrost und Fieber und ganz furchtbar. Ähm, keine Ahnung, was für ein fieses Virus das war. Das einfach wirklich die Runde durch den gesamten Körper macht. Ähm, und meine Stimme war vor allem sechs Tage komplett verschwunden. Also, ich hab nicht einen Ton machen können mit meinen Stimmbändern. So extrem entzündet war mein Kehlkopf. Und, ähm, ja, gestern war das schon wieder so, dass ich ganz gut reden konnte. Hab ich gemerkt, aber ich hab so gemerkt, nach fünf bis zehn Minuten ist dann doch auch die Luft wieder raus, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber heute scheint alles wieder hergestellt zu sein. Okay. Fangen wir mit dem Pfeifen-Thema an. Als erstes hab ich schon seit sehr langer Zeit einen Nachtrag zu leisten zur Stuttgarter Pfeifenmesse. Das ist jetzt ein bisschen sehr spät. Ich weiß, aber ich will's zumindest noch gesagt haben. Denn ich hatte ja diese Pfeife von Ron Smith erwähnt, die ich mir gekauft hab mit dem Driftwood Finish. Und dass ich die so toll fand. Ähm, was ich nicht dazu gesagt hab, was ihr aber wissen solltet, wenn ihr es noch nicht wisst, ist, die Driftwood-Technik hat nicht Ron Smith erfunden, sondern Roger Wallenstein. Und der hatte seinen Stand direkt daneben. Und ich muss dazu sagen, dass Ron Smith immer wieder drauf hingewiesen hat, auf seinen Nachbarn gezeigt hat und gesagt hat, not my idea, that was his idea. Also immer wieder gesagt hat, Driftwood, ja, ich arbeite damit auch, aber das war nicht meine Idee. Ja, also Driftwood Finish wurde von Roger Wallenstein entwickelt, nicht von Ron Smith. Der macht aber auch Pfeifen mit Driftwood Finish. Gut. Das kurzer Nachtrag. Dann zu den Tabaken. Also, ich habe den Quiet Nights zu Ende geraucht, wobei ich sagen muss, dass ich die letzten zwei Füllungen verworfen hab, weil die einfach so trocken geworden sind dann, dass die schon nur noch Brösel waren. Und außerdem, weil ich eine der Quiet Nights Pfeifen an dem Tag geraucht hab, wo ich mit Übelkeit zu tun hatte. Und dann den Geschmack von dem Latakia, von dem Quiet Nights dabei immer so in der Nase hatte. Und dann hatte ich erstmal so einen gewissen Widerwill und hab gesagt, den kann ich jetzt nicht hier noch weiter rauchen. Aber ich wusste, das hat nichts mit dem Tabak zu tun. Deswegen habe ich den dann verworfen danach. Insgesamt kann ich aber jetzt abschließend zu dem Quiet Nights sagen. Also, ist ein Tabak von GLPs. Enthält Virginia, Burley, Perique und Latakia. Aroma ist nicht dran, zumindest laut Hersteller. Es ist ein Broken Flake. Es ist der typische Cornel & Deal GLPs Broken Flake. In der Dose so zusammen gemischt. Also so ein bisschen gebrochen, aber dann so schon nicht in Scheiben, aber schon einigermaßen ordentlich arrangiert in der Dose. Das finde ich immer sehr schön, wie GLPs das macht. Und ja, wenn man die Dose aufmacht und dran riecht, dann schlägt einem die volle Breitseite Latakia ins Gesicht. Vergleichbar mit Fayum Cake. Ja, so eine Prise Latakia kommt einem da in die Nase. Der Tabak ist von der Konditionierung her ziemlich schwierig, finde ich. Er ist so noch ziemlich feucht, wenn man ihn frisch aufmacht. Wenn man ihn allerdings einen Tick zu lange trocknet, ist ein ganz schmaler Grad, dann ist er brüchig und völlig ausgetrocknet. Also den, also am besten nicht die Dose offen stehen lassen, so habe ich es nämlich gemacht. Und ein bisschen zu lange, dann ist er wirklich knochentrocken, zerbricht und zerbröselt nur noch und macht nicht mehr wirklich Spaß zu rauchen. Raucht sich dann zwar problemlos, macht aber nicht mehr so einen Spaß. Also lieber so ein bisschen zu feucht rauchen, als den über Nacht offen stehen lassen. Dann ist er nämlich wirklich knochentrocken. Das Zünd- und Abbrandverhalten war, als er dann sehr trocken war, komplett unkompliziert. Also nach Feucht war er natürlich nicht. Da hat es dann auch ordentlich geblubbert in der Hälfte der Pfeife und hat sich richtig Kondensat gebildet und war auch insgesamt so relativ schwierig zu rauchen. Ist dann relativ warm geworden, solche Dinge. Aber das lag ja einfach in der Feuchtigkeit. Also das hat eben mit dem Tabak nichts zu tun. Und wenn man diesen Tabak jetzt einen Pfeifenkopf davon raucht, dann sind alle Drittel völlig gleich im Geschmack. Das ist so ein typischer Engländer, der seinen Charakter und seinen Geschmack von Anfang bis Ende des Pfeifenkopfes bis zum letzten Krümel niemals verändert. Und der ist durchgehend kräftig, würzig und ich würde noch die Worte knusprig und knackig verwenden. Das ist um den Charakter, also dieses sehr pitzlige Latakia-Perique-Gemisch so ein bisschen zu charakterisieren. Also ein sehr kräftiger, auch Nikotin, schon mittel bis medium, jetzt nicht stark, aber schon auch nicht nur mild. Also sowohl vom Nikotin als auch vom Aroma her eine ganze Sache, eine richtige Ansage. Keine Schüchternheit hier, keine halben Sachen, so ein richtiger Seemannstabak. Ich habe wie gesagt ungefähr 40 bis 45 Gramm davon geraucht und mein Fazit, nachdem ich die Dose leer hatte, obwohl ich die letzten zwei Füllungen verworfen habe, war so, na mal gucken, vielleicht finde ich einen noch besseren Engländer, aber der hier wird wahrscheinlich noch mal irgendwann in meinem Einkaufswagen landen. Die Subs, die ich ihm gegeben habe, bringen ihn auf eine Punktzahl von 92. Also von insgesamt zwölf Füllungen habe ich sechsmal den perfekten Smoke erlebt mit zehn, viermal die neun und nur ein einziges Mal, ein einziges Mal eine fünf. Und diese fünf kamen zustande, tja, ich habe den Tabak an einem Abend, da war ich nicht in Mallorca, sondern hier zu Hause an einem Abend geraucht und plötzlich hatte dieser Tabak eine merkwürdig faulige, modrige Note. Das lag nicht an mir, ich war da noch nicht krank, das war weit vor meinem Urlaub, das ist viel länger her schon und ich habe mich gefragt, was ist da denn los? Und dann habe ich danach auch noch mal einen anderen Tabak geraucht an dem Abend, der hat völlig geschmeckt wie immer. Also das lag wirklich nicht an mir, da muss irgendwie ein Stück Tabak reingekommen sein, was mir den ganzen Genuss verdorben hat und das war dann wirklich unterdurchschnittlich. Das war immer noch rauchbar, aber nur noch eben so. Und obwohl es diesen einen Ausreiser gab, hat er für mich 92 Punkte bei zwölf Füllungen erzielt und ist damit mein neuer Top-Favorit 2024. Und gleichzeitig, nachdem ich jetzt diesen GLP's Quiet Nights die ganze Zeit geraucht habe, hat sich bei mir wieder so eine gewisse Aromatenkrise eingestellt. Also, wenn ich jetzt zum Dänen abwechselnd mit dem McBaron Golden Blend rauche, ne? Ich würde den McBaron Golden Blend noch gar nicht unbedingt als Aromat einstufen, eher so als Dänen, aber er ist halt leicht aromatisiert, er hat keinen Latakia, er hat Virginia und Burley. Dann denke ich mir, ja, ich mag den auch sehr gerne, den McBaron Golden Blend. Ich finde ihn gut, so wie er ist. Aber er ist halt eher so 7, 8, ne? 7 bis 8, also eher im Bereich gut als sehr gut. Und dann denke ich mir immer, wenn ich die beiden, wenn ich so zwei Dosen vor mir stehen habe, Golden Blend oder den, dann nehme ich doch lieber den Engländer, oder? Schmeckt doch eigentlich viel besser. Also ist halt keine 10, ist halt keine 9, sondern ist eine 8. Also McBaron Golden Blend ist, ich versuche eben trotzdem, unabhängig von diesem direkten Vergleich, eine ehrliche Meinung angedeihen zu lassen. Und bin da jetzt so bei insgesamt 8 Füllungen und habe so einen Schnitt jetzt von 7,25, ne? Also das heißt, in meinem Verständnis so, ja, ist befriedigend. Befriedigend bis gut, ja? Ist halt einfach nicht so mein Ding, wenn das einfach nur Virginia Burley ist und so ein bisschen Honigaroma obendrauf. Wie schon gesagt, solide, ja, kann man regelmäßig rauchen. Wenn man nichts anderes zum Vergleich immer mal zwischendurch raucht, wird man da, glaube ich, auch gut glücklich mit. Aber wenn ich dann, wie gesagt, so eine Bombe wie den Free Mines oder den GLP Quiet Nights für meinen Geschmack eine Bombe rauche, ja, dann loost der halt im Vergleich ziemlich ab, der McBaron Golden Blend. Deswegen fällt es mir gerade super schwer, den immer mal wieder weiter zu rauchen. Werde ich aber tun. Weil er ist einfach ein so guter Tabak, der hat es verdient, dass man sich ihm widmet, auch wenn man nicht von Anfang an nur begeistert ist. Und der Bill Badys Black Blend geht mir immer mehr auf die Nerven, obwohl es auch immer mal wieder Momente gibt, wo ich sage, so komm, der ist doch sehr gut eigentlich, ne? Er kriegt auch immer mal wieder eine 9, aber es waren schon viele 6er und 5er auch dabei und 7er. Also, ja, bin ich immerhin bei 7,4. Das ist im Schnitt noch ein bisschen höher als der McBaron Golden Blend. Ja. Dann weiß ich gar nicht genau. Ne, von dem habe ich noch nicht erzählt. Jetzt habe ich einen neuen Tabak aufgemacht von GLPs. Den gibt es erst relativ kurz in Deutschland, aber von dem hatte ich schon mal eine Probe von einer Vintage-Portion. Ich kenne ihn schon ungefähr. Das ist der Maltese Falcon von GLPs. Den habe ich jetzt bisher viermal geraucht und da war nichts unter 9 dabei. Also auch wieder ein Top-Favoriten-Verdächtiger-Tabak. Obwohl ich, während ich ihn rauche, ihn immer mega gut finde und wie gesagt, entweder 9 oder 10 sage am Ende, hat er ein bisschen eine anstrengende Komponente. Er hat eine sehr kräftige Latakia-Note, eine sehr, 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 sehr kräftige Latakia-Note. Ähm, die auf Dauer ein bisschen an die Grenze der Überforderung geht. Also wo man so denkt, die Hälfte von der Intensität hätte jetzt gerade bei dem Zug auch gereicht. Ähm, ich habe ihn mit und ich habe ihn ohne Filter geraucht. Ich finde, ihn ohne Filter ist das so, dass ich da oft an so eine Grenze komme, wo ich denke, boah, also, kann es nicht ein bisschen milder sein vom Geschmack her? Muss es so unglaublich, äh, brutal sein? Dann ziehe ich halt wirklich nur ganz, 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 ganz kleine Züge. Dann geht es immer. Wenn ich ihn mit Filter rauche allerdings, verliert er. Er verliert wirklich deutlich an... Also er wird sehr, sehr abgemildert, abgedämpft, abgepuffert, kriegt Handschellen angelegt. Ne? Also der Filter legt diesem Tabak Handschellen an. Und das macht ihn deswegen aber nicht besser, sondern schlechter aus meiner Sicht. Er ist zwar dann weniger krass intensiv, aber das ist so ähnlich, wie wenn man, ähm, Musik nicht leise dreht, sondern nur die Höhen und die Bässe rausnimmt. Versteht ihr, was ich meine? Also er verliert ein bisschen an seinen Charakter, an seiner Vielfältigkeit, an seiner Abwechslungs... Also an der Ab... An der... Ja. An der Vielfältigkeit der Aromen, die sich beim Rauchen in der Nase zeigen. Ne? Er wird insgesamt flacher, langweiliger, und weniger intensiv... Ja. Also verliert. Nicht so, dass man da hinterher sagen muss, er schmeckt nicht mehr, aber es ist dann keine Zehn, es ist eher ein Neun. Ne? Aber wie gesagt, das ist ein Tabak, dem würde ich auch nicht gut tun, wenn ich den jetzt jeden Tag rauchen würde, weil das weiß ich genau. Wenn ich davon jetzt fünf Pfeifen hintereinander nur rauchen würde, dann würde ein Punkt kommen, wo ich sage, wow, ne. Ne, jetzt brauche ich mal was anderes. Ne? Das wird mir jetzt zu krass. Das ist so ähnlich, wie man so sehr, sehr würzige Chips oder so hat. Sehr salzig, würzige Chips. Die ersten vier, fünf, denkt man, wow, sind die gut gewürzt. Ja, das sind mal geile Chips. Aber so nach zwei Händen voll, denkt man, oh, gib mir was zu trinken oder gib mir irgendwas anderes, was das Ganze ein bisschen abmildert. Ich kann da nicht mehr so viel von essen. So ist das hier auch, ja. Ein sehr, sehr, sehr guter Tabak, aber schon auch sehr fordernd. Und ich hatte ihn mit. Gestern war übrigens, Moment, gestern nicht, vorgestern. Vorgestern war wieder Pfeifenstammtisch Mittelhessen. Wir hatten einjähriges Jubiläum. Das haben wir auch gefeiert. Johannes hat Kuchen mitgebracht und wir haben da zwar nur zu viert, aber doch wieder einen schönen Tag gehabt. War auch ein neuer Pfeifenraucher dabei. Falls du zufällig einen Podcast hörst, sei herzlich gegrüßt. Schön, dass du jetzt mit dabei bist. Und, ja, haben da nochmal Tabake getauscht und ausprobiert. Und da hatte Johannes einen Golden Ambrosia von McBaron noch ohne Warnhinweise. Also eine ganz alte Dose dabei. Die haben wir beim ersten Stammtisch geschenkt bekommen und die hat er jetzt dann praktisch zum ersten Jubiläum mit uns geöffnet. Und dieser Golden Ambrosia hat, ja, wir fanden den interessant, ja, aber, aber ich fand ihn nicht überragend. Also er war gut geaged, ne. Er ist, ähm, als Aromat wirklich gut geaged. Also den Tabak konnte man noch erahnen. Und das Aroma, ja, was war das für ein Aroma? Also wir waren uns nicht einig. Der eine sagt Kirsche, der andere sagt Mirabelle, der nächste sagt, das ist eher Mango, der nächste sagt, es ist Zitrone, ja, und wenn man dann mal so in verschiedenen Plattformen guckt, Tobacco Reviews oder auf der Herstellerseite oder was auch immer, steht immer nur fruchtige Aromen oder Zitrusfrucht oder sowas. Ich hatte zwischendurch so den Eindruck, was es am ehesten beschreibt, den Geschmack ist irgendwie so Kirschlikör, dachte ich. Aber wie gesagt, Johannes war er der Meinung, nicht Pflaume, sondern Aprikose, Mirabelle, Mango, so die Richtung. Ich habe gesagt, das ist egal, man konnte ihn rauchen, aber ich muss ehrlich sagen, also 100 Gramm davon wäre eine echte Aufgabe für mich. Das wäre mir schon eine Last, muss ich sagen. Also ich fand ihn ganz nett, aber ich würde ihn nicht zu meinem Allday machen. Aber der Tabak war schon also spürbar geaged und auch in seinem Geschmack, für meinen Geschmack, dadurch besser geworden. Ja. Genau. Das war gestern, vorgestern, der Pfeifenstammtisch. Und ansonsten gibt es zum Pfeifrauchen jetzt auch tatsächlich nicht so viel Neues zu erzählen. Wir können gleich weitergehen zu den Zigarren. Da gibt es eine ganze Menge zu erzählen. Also jetzt Zigarren. Abgesehen von meinen Erlebnissen in Mallorca mit den nicht vorhandenen Humidoren und der Auslage von Zigarren in der prallen Sonne, habe ich eine ganze Menge Zigarren probiert seit dem letzten Mal. Und ich fange einfach mal vorne an. Die allererste, die ich nach der letzten Folge probiert hatte, war nämlich die Blackened Zigarre. Die habe ich aus den USA bestellt. Also die kriegt man hier leider nicht in Deutschland. Und die ist und das ist der entscheidende Punkt. Deswegen habe ich sie gekauft. Vielleicht klingelt bei euch auch schon eine Glocke, wenn ich sage, die heißt Blackened, die Zigarre. Was sagt euch Blackened? Die Metal-Freunde unter euch werden es sofort wissen. Der erste Track auf der Injustice for All von Metallica. Blackened. Ja. Mega geiles Lied. und niemand geringeres als James Hetfield. Und den habe ich bei den Zigarren-Affissionados, als ich bei der letzten Folge über Zigarren-Affissionados die berühmte gesprochen habe, glatt vergessen. Ja. James Hetfield, ein Zigar-Affissionado, Sondergleichen, hat diese Zigarre mitentwickelt. Das war ein Muss für mich. Ja. Also es ging gar nicht anders. Die musste ich probieren. Und deswegen habe ich zwei davon, und zwar im Toro-Format, aus USA bestellt und mit einem Kumpel, mit dem ich früher zusammen in der Band gespielt habe, verraucht. Und, äh, ja, das war ein wahrliches Fest. Kann ich nur sagen. Also schon mal vorneweg, das ist eine 10. Ja. Ähm, der Rapper, das Um-, also das, das Deckblatt, ist aus Mexiko, Mexican San Andreas. Binder, also Umblatt, ist Connecticut Broadleaf. Und der Filler ist Nicaragua und Pennsylvania Broadleaf. Also, ein Mix aus Nicaragua, Connecticut und Mexiko. Schon sehr spannend. Und das Ganze ist die Maduro-Version gewesen. Es gibt auch noch eine helle Version von der Blackened, aber ich habe die Maduro probiert. Ja, was soll ich sagen? Diese Zigarre ist, ja, das passt so richtig zu dem Lied Blackened. Ohne Schnörkel und ohne jegliche Süße. Ja, die ist einfach nur straight, die Zigarre. Die ist einfach geradeaus ins Gesicht, stark, kräftig, herb, leicht bitter, herausfordernd, scharf, würzig, ordentlich Nikotin drin. Ja. Also, das ist ein richtiges Brett, die Zigarre. Aber trotzdem, ähm, trotz fast völlig fehlender Süße, durchgehend ein Hochgenuss. Wirklich anderthalb Stunden oder so. Ein ganz großer Genuss. Kann man auch sehr weit rauchen, bis man sie kaum noch halten kann. Ähm, denn Schärfe hatte sie im Sinne von einer gewissen Nikotinpräsenz, die nicht zu übersehen war, aber nicht Schärfe im Sinne von unangenehm, metallisch bitter oder so. Ne, sondern bitter war die zwar schon, aber eher in Richtung Kaffee und Erde bitter. Also herb eher als bitter. Die war nie unangenehm, zu keinem Zeitpunkt. Selbst ganz am Ende nicht. Und also würde es die hier geben, wäre für mich klar, davon muss irgendwann eine Kiste in meinem Humidor liegen. Also das war wirklich ein, ein großartiger Fang, diese Black & Cigar. Damit hat, ähm, meine Reise nach der letzten Folge angefangen. Und dann ging es weiter mit, ähm, jetzt muss ich mal gucken hier in meine eigenen Aufzeichnungen. Könnt ihr auch gerne mit reingucken. Ähm, die nächste überspringe ich mal. Das hat einen Grund. jetzt habe ich eine probiert, die heißt Buena Vista Araperic. Okay. Die Zigarre ist mir von mehreren Seiten aus wärmstens empfohlen worden. Es ist gesagt worden, das ist wirklich eine, eine tolle Zigarre, ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis, probier die mal. Also habe ich das getan. Und zwar die Robusto davon. Ui. Also, ähm, ich fange mal so an. Im ersten Drittel ging es noch. Ähm, das ist ja, in dieser Zigarre ist ja ein Tabak enthalten, ein brasilianischer Tabak, der so ähnlich wie Perique verarbeitet wird. Deswegen heißt sie auch Araperique. Sie enthält ansonsten, ähm, in der Einlage Brasilien und das ist halt diese Araperique, Dominikanische Republik und Peru. Das Umblatt ist aus Ecuador und das Deckblatt ist auch aus Ecuador. Ne, äh, Connecticut. Ähm, wenn ich die dann weitergeraucht habe, nach dem zweiten Drittel, war dieses am Anfang noch etwas eher holzige mit diesem, aber schon von Anfang an auffällig essig-sauren Geschmack, der wurde immer schlimmer im zweiten Drittel. Und es ist hier von, ist ja immer mal die Rede von fruchtigen Noten in der Zigarre. Jetzt könnte man das fruchtig nennen, weil es einfach sauer ist, aber es war für mich nicht fruchtig, sondern es war einfach nur Brandweinessig, diese Art von Säure. Also eine geschmacklose, für mich geschmacklose und unangenehm beißende Säure. Ähm, spätestens am Ende vom ersten Drittel fand ich sie nur noch überbordend sauer, bissig und unangenehm. So ein Retro Hail ging gar nicht mehr. Also ich konnte sie eigentlich schon gar nicht mehr genießen, weil das so in der Nase gebrannt hat und nicht nur in der Nase, auch die Mundschleimhaut hat gebrannt, als würde ich Chili essen und ich rauche wirklich sehr langsam Zigarre. Ja, also gerade bei Zigarre bin ich glaube ich ein extremer langsam Raucher. Anders als bei Pfeife, da wird mir oft gesagt, ich bin ziemlich schnell mit so einer Pfeife durch im Vergleich zu anderen, aber so Zigarren, die rauche ich super langsam normalerweise. Ähm, und trotzdem hat die so gebrannt und dann kam ganz am Ende noch so eine Art, ja, ich will es mal Straßendreckaroma nennen dazu. Ja, und ich konnte die auf keinen Fall bis zur Bauchbinde rauchen. Ich habe dann irgendwann nach zwei Dritteln, ach, nach früher schon, einfach Schluss gemacht habe, äh, einfach Schluss gemacht damit, weil, ähm, ich kann mich noch daran erinnern, dass, ähm, da wirklich auch so viel, ähm, Nikotin drin war, dass mir die Speiseröhre wehgetan hatte, als hätte ich das Sodbrennen meines Lebens. Und ich bin nun wirklich kein, kein Mensch, der Nikotin nicht gewöhnt ist, aber die haut, die hat mich auf die Bretter gehauen. Und ich kann nur sagen, ja, auf einer Skala von 0 bis 10, eine 3. Und damit bin ich schon, damit bin ich schon für meine Verhältnisse großzügig. Also, ich sag mal so, würde man mir diese Zigarre, würde man mir eine Kiste davon schenken wollen, würde ich sagen, ja, vielen Dank, nein, danke. Schenk sie jemand, der da Spaß mit hat, ich würde sie nicht nehmen. Auch nicht eine einzelne. Ich, ich würde sie geschenkt nicht mehr nehmen und ich will von Buena Vista nichts mehr hören. Ich persönlich. Aber wie gesagt, Leute, das ist nur mein persönlicher Geschmack. Ich kenne sehr, sehr viele Leute, die mir gerade diese Zigarre sehr, sehr empfohlen haben. Ich komme damit absolut nicht zurecht. Null. Okay, aber das war auch so ziemlich die einzige von den Zigarren, die ich euch heute vorstelle, die ich nicht mindestens ziemlich gut fand. Fand ich nicht alle perfekt, aber ziemlich gut. Die nächste nämlich war die Ernesto Perez Carrillo La Historia Dona Elena Morduro Toro. Ja, also eine von EPC Ernesto Perez Carrillo. La Historia Einlage Dominikanische Republik Nicaragua um Blatt Ecuador Deckblatt Mexiko. Und was soll ich sagen? Hier war ich dann doch sehr erstaunt. Damit hatte ich gar nicht mit gerechnet, dass mir die so gut gefällt. Das war schon ein absoluter Treffer. Und zwar war ja genau, ich weiß auch, warum ich sie mir überhaupt gekauft habe. Ich habe mir das aufgeschrieben, wusste ich jetzt auswendig nicht mehr. Sie ma mal die Empfehlung der Woche in der Cigar Aficionado. Und das war sie bestimmt nicht umsonst. Ja, und das war sie auch nicht umsonst. Also man schmeckt hier von Anfang an sehr intensive, schwere, kräftige, aber gleichzeitig mild, gefällige, süßliche Noten. Also alles dabei von Schokolade, Nuss, Erde, Holz über Gras. Grasige Noten, Creme, Schwarzbrot und ein kleines bisschen Brombeere war mein Eindruck. Bis zum Ende ein absoluter Hochgenuss. Der Geschmack variiert hier und da ein bisschen, aber das macht das Raucherlebnis nur interessanter. Auch keine unangenehme schmutzige Note am Ende, wird nur ein bisschen kräftiger und das ist eine 10 für mich. Besser wird's nicht. Vorherrschend sind die Aromen Schokolade und Kaffee und übrigens Zugwiderstand, Abbrandverhalten, alles überhaupt kein Problem. Wenn ich nichts sage, heißt es immer, die Zigarre war perfekt verarbeitet. Ist gut runtergebrannt, war vom Zug her unproblematisch und ist nichts passiert, Deckblatt eingerissen oder irgendwas. Das ist übrigens, muss ich sagen, mir schon längere Zeit jetzt nicht mehr passiert. Ich hatte jetzt mehrere Male hintereinander sehr viel Glück mit der Zigarrenqualität. Auch bei den kubanischen, die gleich noch kommen, waren keine dabei, wo ich irgendwie Probleme hatte mit dem Abbrand oder mit dem Zug oder mit irgendwas. Also da hatte ich am Anfang anscheinend von dieser Staffel extrem viel Pech gehabt. Gut. Als nächstes kommt Rafael González, eine Perla, habe ich mir gegönnt. Die hatte ich, wie gesagt, hier in Marburg im Zigarrenladen ergattern können. Das ist eine reine Kuba. Rafael González, auch ein Longfiller, Totale Mente Amano, definitiv. Und, ähm, ja, schmeckt halt, wie eine kubanische Zigarre so schmeckt, sehr, sehr gut. Aber, nicht so überzeugend, dass ich, also die Ernesto Perez Carillo fand ich noch ein bisschen besser, deswegen habe ich gesagt, es ist eine 9 für mich. Sehr, sehr lecker, keine Frage. Auch vom Abwandverhalten, wie gesagt, alles prima. Aber, eine kubanische Zigarre, ja, von guter Qualität. Das gleiche mit der Partagas Serie D Nummer 4, da muss ich natürlich dazu sagen, die war nochmal ein Tick besser. Also, die hat mir persönlich nochmal ein bisschen besser gefallen. Ähm, perfekte Verarbeitung hatte ich da auch erwischt bei dieser Zigarre und dann kam dieser Kuba-Geschmack so richtig gut rüber. Dieses erdig, ledrig, holzige, super, super lecker, hat mir sehr gut geschmeckt. Hatte ich, glaube ich, in Frankfurt mitgenommen. Dann, als nächstes hatte ich die Romeo y Gilietta Cetros Deluxe Nummer 3. Die hatte ich auch in Marburg mitgenommen und das war eine kleine Enttäuschung, muss ich sagen. Denn, ähm, abgesehen davon, dass der Zugwiderstand unterirdisch war, wieder mal bei dieser hier, ähm, wirklich ausgesprochen schlecht, war ganz, ganz schwierig, die überhaupt zu rauchen. Dadurch ist auch überhaupt keine Intensität entstanden. Ich hatte überhaupt keinen Rauch in der Nase. Ja, gut, aber trotzdem immer noch eine 7. Denn das, was ich geschmeckt habe, war halt typisch Romeo Giulietta und sehr lecker, aber halt 7. Ja, mehr nicht. Also ich finde es fast ein bisschen langweilig, über Kubansche Zigarren zu reden, weil die schmecken ja doch alle gleich. Ja, also abgesehen von Kohiba, die noch mal ein bisschen krasser und stärker, so eine Trinidad, die vielleicht noch so besondere Süße haben, aber so aus meinem Weiß nicht, meine Erinnerung schmecken die alle sehr ähnlich. Da gibt es kaum Unterschiede. Gut, als nächstes hatte ich, jetzt muss ich gucken, die, genau, Vega Fina Nicaragua Robusto Tubo. Von der hatte ich mir auch sehr, sehr viel versprochen. Da hatte ich mich sehr drauf gefreut. Ich sag mal so, sie war eine der süßesten Zigarren, die ich überhaupt je probiert habe. Die war schon gewaltig süß. Also da hatte ich echt das Gefühl, ich nehme Teelöffel Nutella in den Mund. Also nussig, süß von Anfang bis Ende, aber auch sehr eindimensional und relativ mild schüchtern würde ich sie schon fast einstufen. Verarbeitung war perfekt, keine Frage, war super, aber hat mich jetzt nicht so vom Hocker gerissen. Ich hatte da irgendwie mehr erwartet, ist für mich auch nur eine 7, in Anführungsstrichen. Also würde ich wieder nehmen, aber nicht unbedingt wieder kaufen. Gut, von der Monte Cristo Open Junior habe ich schon erzählt. Das nächste, was ich dann in Spanien in einem der wenigen Läden, die wirklich einen ausgedehnt großen und schönen Humidor hatten und die auch wirklich schöne Auswahl an Zigarren hatten, habe ich mir eine Romeo Giulietta, Romeo Nummer 1 mitgenommen. So, das war nun der Tag, bevor ich krank wurde. Ich hatte mich an dem Tag total gewundert, dass ich so wenig von der Zigarre schmecke. ich fand die relativ flach, relativ wenig charakterstark. Ja, also ganz, ganz schwache Noten, kaum unterscheidbar, was ich da wahrnehme. Kuba, ja, aber sehr, 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 sehr mild und überhaupt kein bisschen intensiv. Für mich auch nur eine 7. Gut, jetzt sind es gar nicht mehr so viele. Die nächste überspringe ich, es hat einen Grund, in meiner Liste meine ich. Als nächstes hatte ich eine Alfambra Robusto Gordo. Das ist eine interessante Zigarre mit einem extrem schönen Preis- Leistungsverhältnis. Die kostet gerade mal 5 Euro. Das ist ein Robusto Gordo Format. Das Format mag ich nicht so. Ich mag eher Churchill, Corona, sowas, wo ich die ganze Zigarre ohne Probleme mit meinen Lippen umschließen kann. Wenn das so ein Riesenprügel ist, so ein riesendickes Ding, man könnte die anbohren, das wäre noch eine Option, aber wenn die so riesig ist, dann habe ich immer das Gefühl, ich muss den Mund so weit aufmachen, um überhaupt dran ziehen zu können, dass ich gar keinen Space, keinen Platz mehr im Mund habe, wo ich Rauch unterbringen kann, wo ich gar nicht mehr wirklich bequem, lange und befriedigende Züge machen kann. Deswegen mag ich dieses Format nicht so, also das Maximum für mich ist Robusto, alles drüber finde ich schon, also würde ich nicht aktiv kaufen, bis auf diese Ausnahme hier, einfach weil ich es auch mal wieder probieren wollte, ob es vielleicht doch was für mich ist, so ein großes Format, aber ich merke, Robusto ist mein Ding, Maximal, also ich würde von mir aus, wenn jetzt nicht gerade das Robusto Format besonders gelobt wird, immer eher zu Churchill oder Corona greifen, das sind meine Lieblingsformate, aber lassen wir das Format mal weg, die Zigarre selbst ist hergestellt aus Nicaragua und zwar Einlage und Umblatt, das Deckblatt ist hier aus Ecuador und das Geschmackserlebnis war überraschend gut, also für 5 Euro mein lieber Scholli, sehr gut ausbalanciert, süß, sehr mild, übrigens sehr, sehr gut geeignet für Einsteiger auch, die Verarbeitung war sehr, sehr gut, ganz am Ende ist das Deckblatt eingerissen, aber wirklich ganz am Ende, da macht es wirklich keinen Unterschied mehr, das ist egal und der Geschmack war ganz am Ende, da wo das Deckblatt gerissen ist, dann auch so ein bisschen metallisch, aber hey, das ist eine Zigarre für 5 Euro, wollen wir jetzt nicht spitzfindig sein, das waren ja wirklich nur die letzten paar Millimeter, also unterm Strich eine sehr leckere, süße, milde Zigarre, etwa 60 Minuten Rauchvergnügen, cremig, süß, ein bisschen weniger Schokolade und Nuss als sonst bei Nicaragua, eher so cremig, süß im Vordergrund, aber konstant und durchgehend sehr gut, ne, und sie hatte eine interessante Note, und zwar Tonerde, ich meine, ich habe noch nie Tonerde gegessen, aber ich weiß, wie Tonerde riecht, und diese Zigarre hatte etwas von Tonerde, ne, wie, als wenn man in so einem Töpferkurs sitzt, da war so eine leichte Note, aber sehr angenehm, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen eher unangenehm, ist aber in dieser Zigarre nur eine Note, nur ein gewisser Charakter, den ich damit zum Ausdruck zu versuchen bringe, aber hat mir wirklich sehr gut gefallen, und ich habe ihr auf meiner Subskala eine 9 gegeben, also 10 sicherlich nicht, da gibt es schon noch größere, großartigere Zigarren, aber war schon sehr, sehr gut. Und dann zu guter Letzt hatte ich noch die Columbus Carrojo, Columbus ist diese Marke aus Gran Canaria, hatte ich hier eine Pyramide und die kostet 10,20 Euro das Stück, ist hergestellt aus Einlage Kanarische Inseln und Umblatt steht hier gar nicht dabei, bei Cigarro zumindest, Deckblatt ist Ecuador Colorado und ja, die Zigarre hat mir am Anfang extrem gut geschmeckt, am Anfang fand ich sie mild schokoladig, ähnlich wie Nicaragua und dann im Verlauf immer zedenholziger, also Zedernholz war dann immer deutlicher spürbar und so bis zur Hälfte war das so und also wurde immer holziger und dann kam aber eine interessante Note dazu, nämlich so Thymian, das hat mich an Thymian erinnert, Thymian und Zeder waren dann sehr im Vordergrund und dann so zum Ende hin kam dann zunehmend noch so ein Geschmack von rotem Pfeffer dazu, das hat diesen Smoke einzigartig gemacht, ja, also diese Zigarre ist ziemlich einzigartig, ich finde auf jeden Fall einen Versuch wert, nur mag ich roten Pfeffer nicht so gern, das heißt, so das letzte Drittel von dem Teil der Zigarre die ich geraucht habe, war für mich jetzt nicht mehr so toll wie die ersten zwei, sofern habe ich ihr nur eine sieben gegeben, weil ich sie mir nicht, glaube ich, aktiv nochmal kaufen würde, aber für jemand, der so herbale, kräuterige Noten gern mag und sowas wie roten Pfeffer, so diese Art von Würze sehr mag, auf jeden Fall ein Tipp, es gibt auch noch ein paar bei Sigarwold, habe ich gesehen, aber vielleicht gibt es sie auch noch woanders und das Format war halt die Pyramide genau und das war's das waren alle Zigarren, die ich seit dem letzten Mal probiert habe, waren ja auch einige und ich freue mich auf die nächsten und das ist auch schon klar, welche das sein werden gut, kommen wir zum nächsten Thema Zigarre ist fertig, jetzt kommen wir zum Honig, endlich habe ich mal wieder einen Honig probiert und zwar zwei verschiedene Honigsorten habe ich probiert, einmal einen den mir der Saki zugeschickt hat, vielen Dank nochmal Saki für den hervorragenden Honig, das ist ein griechischer Honig und ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, aber auf dem Glas steht Meai Tai Tetoi Paiki wenn ich es richtig sehe also eine Homepage von dem Imker ist vielleicht am ehesten zu finden unter www.melitaigetos.com was diesen Honig so besonders macht ist, dass er volle Breitseite nach Karamell schmeckt also das ist jetzt wirklich nicht, damit meine ich nicht, dass er eine Karamellnote hat und eigentlich nach Honig schmeckt nein wenn ich dir den Honig auf einem Teelöffel gebe und sage das ist eine Karamellcreme würdest du wahrscheinlich sagen oh leckere Karamellcreme und gar nicht auf die Idee kommen dass das Honig ist schon ein sehr spannender Honig ist so mittelbraun in der Färbung von der Konsistenz wie so eine Paste sehr süß mittelsauer und von wenn man die Paste dann im Mund nimmt auch so ein bisschen zuckrig also pastenartig leicht zuckrig und wirklich volle Karamellbreitseite und damit meine ich so ein schönes leckeres dunkles süßes Karamell ja also kann ich sehr empfehlen ich werde die Seite auf jeden Fall mal verlinken während wenn ich den Honig in die Beschreibung schreibe dann hatte ich natürlich noch in Mallorca einen Honig mitgenommen aber ich bin mir nicht so sicher ob das jetzt wirklich Imker Honig ist oder halt einfach eine mallorcanische Honigmarke den musste ich trotzdem einfach probieren das war ein Orangenhonig und auf dem Glas steht Taronga Azahar was das jetzt bedeutet weiß ich nicht keine Ahnung die Farbe von dem Honig ist golden wirklich golden die Konsistenz ist flüssig mit kleinen Kristallen drin ist natürlich sehr süß und mittelsauer und schmeckt tatsächlich blumig und so ein bisschen nach Orange wie so ein Orange riecht nach Orangenschale und das Mundgefühl ist so flüssig mit so kleinen Zuckerkristallen drin also es ist ein sehr leckerer sehr süßer sehr gefälliger Honig aber ob es jetzt wirklich original Imker Honig ist oder was genau dahinter steckt habe ich jetzt nicht nachgeschaut kann ich nicht genau sagen aber ja ich habe gedacht wenn ich schon mal in Mallorca bin in einem anderen Land wo auch immer nehme ich da auch mal lokalen Honig mit so viel zum Honig kommen wir weiter zum nächsten Thema und zwar zum Thema Kaffee ich habe schon seit längerer Zeit mittlerweile ist das Kilo schon fast aufgebraucht zwischendurch hatte ich übrigens mal wieder meinen Borbone Doro also das ist mein Standard Kaffee von dem ich einfach weiß dass er mir gut schmeckt den hatte ich zwischendurch mal wieder und jetzt eine lange Zeit nichts über Kaffee erzählt aber jetzt habe ich mal wieder einen neuen probiert und zwar heißt der Mehari Pesalacqua und das ist ein sehr dunkel gerösteter Espresso mit sehr schokoladigen süßen Noten einer gewissen Bitterkeit aber fast ohne jegliche Säure also ein Kaffee der mir sehr 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 gut schmeckt kann ich sehr sehr empfehlen Kaffee Mehari Pesalacqua ein schöner Espresso das ist natürlich nur für die Siebträgermaschine geeignet also ich kann mir nicht vorstellen dass der als Filterkaffee funktioniert ganz sicher nicht aber als Espresso wirklich sehr gut habe ich auch immer noch in meiner Mühle ist immer noch nicht leer Interessant ist bei dem Kaffee dass er einen relativ hohen robuster Anteil hat nämlich 45% robuster also glaubt übrigens nicht dass 100% Arabica immer der beste Kaffee ist es wird ja sehr sehr viel Wert darauf gelegt dass man bloß nicht diesen billigen und einfachen robuster da zu viel mit drin hat dann kriegt der Kaffee so einen Ruf als wäre so ein Billigprodukt das ist völliger Unsinn also wenn das gut gemischt ist robuster ist zum Beispiel viel Koffein stärker und ist viel weniger sauer er ist bitterer als Arabica aber weniger sauer und der kann gerade bei Espresso den entscheidenden Vorteil bringen wenn der da gut vertreten ist also ich bin mittlerweile weg von dieser Idee dass möglichst viel Arabica möglichst gut sein soll gut Kaffee kurzes Thema jetzt geht es weiter mit einem Buch das ich gelesen habe und zwar ein Comic Buch was mir ein Freund zum Geburtstag geschenkt hat es heißt hier ich habe jetzt die englische Version es würde auf Deutsch ja auch hier heißen eines der wenigen Worte was wirklich gleich ist in Englisch und Deutsch ja hier und also kann ich sehr sehr empfehlen dieses Buch könnt ihr mal googeln ob ihr das irgendwo findet zum Bestellen hier handelt eigentlich von nichts es hat keine Handlung es ist einfach nur die Aufnahme oder beziehungsweise die gedachte Aufnahme einer bestimmten Stelle auf der Welt ja die zu verschiedensten Zeitpunkten im Zeitkontinuum von 20 Millionen Jahren vor Christus bis 2080 ja in Dystopien und so weiter immer wieder anders dargestellt wird und der Autor springt da ganz interessant hin und her zwischen zum Teil 1860 dann wieder 1790 dann wieder 1980 dann wieder 2010 dann wieder 2050 dann wieder 20 Millionen Jahre vor Christus dann also so sieht man dann immer diese Stelle die da dargestellt wird das ist das fängt in einem Haus an irgendwie in den 1960ern steht dann da halt ein Haus aber die gleiche Stelle wird halt auch 5000 vor Christus 15.000 vor Christus und so weiter gezeigt dann ist da natürlich nur Wildnis oder vielleicht sogar nur Lava wenn man sehr weit zurück geht also ist schon schon sehr sehr schön gemacht und es gibt keine Spannungskurve da drin es gibt keine Handlung es gibt also zumindest habe ich keine entdeckt vielleicht würden irgendwelche Superinterpretatoren da auch irgendeinen Sinn oder eine Handlung drin sehen für mich ist der Sinn dieses Buchs einfach die Idee sich mal einen Ort anzuschauen wie er durch die Zeit reist also die Zeitreise eines Ortes auf dem Planeten Erde fand ich super toll habe ungefähr zwei Stunden dran gelesen weil ich mir die Bilder wirklich sehr sehr genau angeschaut habe vielleicht auch anderthalb ich weiß nicht mehr genau aber das waren schöne anderthalb Stunden und das ist auch so ein Comic den ich mir immer mal wieder angucken würde glaube ich das ist nichts was was man nur einmal liest und dann stellt man es ins Regal das ist was was man auch mal Besuchern zeigen kann weil man kann das wenn man es nicht so ganz genau durchschaut kann man doch einfach mal durchblättern einfach nur die Jahreszahl angucken und das Bild dazu und die einzelnen Szenen die da passieren einfach mal weglassen dann kriegt man schon einen Eindruck von dem Buch also kann ich sehr sehr empfehlen und dann ist es mir ein Bedürfnis über einen Film zu reden den ich jetzt endlich mal geguckt habe nämlich DUN ja der Wüstenplanet jetzt muss ich dazu sagen ich kannte DUN nur aus der 1980er Verfilmung mit Kyle MacLachlan Sting Jürgen Prochnow und so weiter diese alte Version von DUN ich habe das Buch nie gelesen und ich denke dass ich das noch tun werde nachdem ich jetzt beide Filme gesehen habe denn als ich den neuen Film gesehen habe dachte ich erst mal ja ähm der alte hat mir besser gefallen von der ganzen Atmosphäre her von der ganzen Art her aber man muss auch sagen wisst ihr als der Film rausgekommen ist da war ich ein kleiner Junge und schon da ein absoluter Sting Fan und allein dass Sting mitgespielt hat war für mich ähm eine Offenbarung ähm und ein muss ein guter Film sein ja Kyle MacLachlan mochte ich damals auch da kannte man ihn so aus Twin Peaks und so ne also ne ne ein ganz toller Film für mich und für mich war immer das Großartigste an DUN waren die Schallmodule ja wie dann äh Paul auf dem Wurm reitet und mit seinen Tcha Tcha mit seinen mit seinen Schallmodulwellen da um sich geschossen hat das war für mich halt DUN die Schallmodule jetzt hab ich DUN 2 geguckt weil bis dahin äh die Schallmodule erst gar nicht erwartet aber jetzt hab ich DUN 2 geschaut und denk wann kommt denn die Schallmodule was ist denn mit den Schallmodulen wann kommt denn das endlich dann hab ich mal gegoogelt und hab gesehen ja die Schallmodule kommen dem Buch gar nicht vor mhm ok jetzt sind natürlich die ganzen Fans vom Buch sehr zufrieden weil sie sagen die neue Verfilmung geht vielen eher an das Buch ran als die alte obwohl sie auch noch weit davon weg ist aber für mich war halt DUN immer Schallmodule und DUN ohne Schallmodule ist für mich wie Star Wars ohne Todesstern was geht ab das ist für mich furchtbar ja aber ich hab gedacht gut erstmal Ball flach halten erstmal werde ich das Buch lesen und dann werde ich vielleicht besser beurteilen können dass DUN die neue Verfilmung doch Credits und Ehre verdient hat und wahrscheinlich tausendmal besser ist inhaltlich als die alte weil die alte muss wohl ziemlich viel von der Handlung verdreht haben am krassesten finde ich dass wenn ich das jetzt richtig verstehe ich will nicht zu sehr spoilern aber Paul Atreides war für mich immer ein Sympathieträger also in dem alten es war eindeutig der Gute in der alten Verfilmung und das sieht ja jetzt ganz anders aus kann ich nur sagen ja und vielleicht ist es auch das was das Buch so besonders macht ich kann mir vorstellen dass das Buch viel stimmiger und glaubhafter ist als diese alte Dunen Verfilmung aber diese alte Dunen Verfilmung war noch so richtig schön schwarz-weiß Malerei das sind die Bösen die Harkonnen das sind die guten Atreides und die also die die Fremen und die Atreiden das sind die Guten und das Imperium und die Harkonnen das sind die Bösen so war es dann auch in dem Brettspiel was dazu gehört hat ja das sind die Guten das sind die Bösen und die guten gewinnen am Ende ja in dem Buch scheint das ein bisschen komplexer und nicht ganz so flach zu sein aber als Kind hat mir das halt gut gefallen und so hatte ich es in Erinnerung und ich habe das Buch halt nie gelesen deswegen war ich von dem neuen Dunen mehr als enttäuscht aber ich könnte mir vorstellen dass sich diese Meinung wieder ändert wenn ich das Buch gelesen habe ich werde es auf jeden Fall lesen ich habe da große Lust drauf werde das tun jetzt im Moment aber noch nicht weil jetzt bin nicht gerade an Star Wars Darth Bane kann ich auch sehr empfehlen es ist eine Reihe aus Star Wars die nicht in den Kanon gehört das ist aus der Reihe Legends also das ist eine nicht Kanon Reihe aber verdammt glaubhaft verdammt gut dieser Darth Bane das ist mal ein Sith Lord wie ich ihn mir vorstelle und macht riesen Spaß zu lesen gut ansonsten lese ich gerade noch von Alan Moore Swamp Ding das war auch schon mal seit langem dran manch fragt man sich ja was da los ist dann nimmt man das Buch aus das Buch ist erstmal nicht nur einfach ein Buch sondern das Buch ist nochmal in der Hülle drin und wenn man es aus der Hülle raus zieht dann ist der Umschlag nicht nur bedruckt sondern auch noch so samtartig eingepackt also so von der Oberfläche her so fast wie Samt das ist schon echt da steckt schon viel Liebe drin in dieser Ausgabe ich glaube das ist irgendeine Deluxe Edition ich weiß nicht genau absolut Edition heißt sie genau da bin ich gerade dran ja und irgendwie bin ich bei diesem ganzen Dune recherchieren und beim YouTube Videos gucken über Dune und so auf das Fermi Paradox gestoßen ja habt ihr bestimmt schon mal alle gehört das Fermi Paradox bedeutet das Universum ist jetzt so alt dass wenn man die Ausdehnung und die Größe des Universums sich anschaut es maximal wahrscheinlich ist dass es mindestens noch über 2000 andere zivilisierte und hochentwickelte Spezies irgendwo da draußen gibt und wenn es die doch gibt warum hat uns dann noch keiner gefunden warum nimmt keiner Kontakt mit uns auf einige von denen wenigstens zwei oder drei von den über 2000 müssten es doch mittlerweile mal geschafft haben hierher zu kommen ja und da habe ich eine ganz schöne antwort drauf gefunden auf dieses Fermi paradox es ist nämlich gar kein paradox ich glaube nämlich dass es nicht so ist dass schüßen das kann ich natürlich nie genau sagen aber es wirkte sehr plausibel für mich die sagten naja es gibt zwar schon relativ lange leben auf der erde und zwar kann man sich das so vorstellen also so wie die erde abgekühlt war und Atmosphäre hatte und da Wasser sich angesammelt hat da hat es echt nicht lange gedauert also mindestens weltgeschichtlich gesehen universums geschichtlich bis auf der erde das hat wirklich nicht lange gedauert schnell weiß jetzt nicht wie viel das in tausend jahren heißt aber schnell ja nur bis dann aus diesem leben komplex handelnde denkende individuen geworden sind die sich selbst wahrnehmen und reflektieren können also komplexes leben das hat noch mal doppelt so lange gedauert bis zu dem zeitpunkt wo die ersten zellen auf der erde machen ja das heißt es ist doch nicht so wahrscheinlich dass es noch so viele andere zivilisierte wesen da draußen gibt weil der schritt von komplett nicht reproduktionsfähiger toter materie bis zu den ersten zellen ist relativ einfach so mikroorganismen und sowas aber komplexes leben säugetiere sich selbst bewegende größere organismen das dauert dann richtig lange insofern könnte es sein dass wir einfach die ersten sind ja im universum die so weit gekommen sind evolutionstechnisch wie wir jetzt sind und es könnte sein dass noch weitere kommen irgendwann aber dann ist es wahrscheinlicher dass wir die von hier aus besuchen wenn wir uns bis dahin nicht ausgelöscht haben als dass die uns besuchen weil wir wahrscheinlich älter sind weil wirklich die ersten zellen auf der erde das ging relativ fix das hat nicht lange gedauert nach dem uhrknall also schon natürlich hat das gedauert ja millionen von jahren hat das gedauert aber aufs gesamte gesehen ging es relativ schnell ja für mich ist das so wie ich stelle mir das vor wie so einen Samen den man in die Erde sät das dauert der ist relativ schnell gekeimt aber bis der Früchte trägt der Baum den man so ähnlich stelle ich mir das da auch vor der Samen ist gesät die Erde ist da Wasser ist da Atmosphäre ist da relativ schnell sind Zellen da die sich vermehren und irgendwelche Kulturen bilden aber bis da jemand rumläuft und redet das dauert dann richtig lange so erkläre ich mir das Fermi Paradox den Gedanken wollte ich auch einfach mal loswerden und damit bin ich jetzt tatsächlich auch langsam am vielleicht noch als kleiner Gag zum Abschluss ich habe gedacht ab und zu baue ich mal so Sachen die mich im Alltag immer so ein bisschen ärgern die baue ich mal mit ein in den Podcast wenn mir eine einfällt und dann könnt ihr mir sagen ob ihr das genauso erlebt und ob ihr wisst was ich meine und das heutige Thema soll ein Rucksack sein Rucksäcke scheinen für mich anders sich anders im Kontinuum der Naturgesetze zu verhalten als andere Gegenstände ein Rucksack zum Beispiel wenn ich den hinstelle fällt er immer in die falsche Richtung um und zwar sofort ich wie gesagt ich lasse es mal dabei vielleicht wisst ihr was ich meine stellen Rucksack hin fällt zur falschen Seite um was auch immer das bedeutet das zweite ist wenn ich bin ich habe oft einen Rucksack dabei und ich bin oft zu faul den komplett anzuziehen also über beide Schultern zu ziehen das heißt ich werfe mir den nur so über die Schulter über eine der beiden meistens über die rechte und ich habe manchmal den Eindruck dass der Rucksack noch von einer anderen Kraft nicht nur von der Schwerkraft sofort mit einer unglaublichen Vehemenz in Richtung meines rechten Handgelenks gezogen wird Richtung Erde also es ist fast unmöglich für mich jetzt merkt ihr die Stimme jetzt muss ich langsam aufhören es ist fast unmöglich für mich einen Rucksack auf einer Schulter länger als ein paar Sekunden zu tragen ohne dass ich ihn immer wieder hochrutschen und immer wieder hochrücken muss und immer wieder hochrücken und jedes Mal denke ich warum ziehst du ihn nicht einfach richtig auf dann hast du keinen Ärger damit aber ich bin dann so faul den richtig anzuziehen dass ich ihn lieber 20 mal wieder hochwuchte ja das sind so kleine Geschichten die ich auch ganz gerne mal einbauen will vielleicht wisst ihr was ich meine vielleicht gibt es ja jemand der sagt kenne das mache ich ganz genauso ja die Rucksäcke die werden irgendwie von Geisterhand nach vorne gezogen keine Ahnung war jetzt ein kleiner Gag am Ende ich hoffe ihr hattet Spaß mit der Folge hat ja lange genug gedauert bis mal wieder eine kam und wenn es gut läuft kommt sogar diese Woche noch eine Sonderfolge aber ich will nicht zu viel versprechen mal gucken was noch alles passiert dann hoffe ich dass ihr da auch mit dabei seid und ich wünsche euch erstmal eine schöne Restwoche Montag ist ja schon mal geschafft das ist immer schon mal der wichtigste Tag wenn der rum ist dann geht es schon aufwärts finde ich und ja natürlich so oft wie möglich wunderbare Raucherlebnisse und einfach eine gute Zeit alles Gute für euch bis zum nächsten Mal bei Strandkopf gedönst Tschau bis zum nächsten Mal 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 bis zum nächsten Mal